Ja, moin moin Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Halo 4, oh yeah, und wir sind gerade ein bisschen in Bedrängnis. Wir könnten theoretisch da schnell hingehen, aber da ist dieser Pisser im Weg. Ähm, ja, danke ihr Liebenschönleute. Oh, ein Sniper, hallo. Vielleicht können wir sie hierher locken. Oh, Kontrollpunkt, sauber. Das ist schon mal ein guter Anfang. Ich weiß, dass wir hier eine Basuka haben und wo. Was haben wir hier so Schönes? Wollt ihr nicht hier losfahren oder so? Nein? Wollt ihr hier lieber chillen, ja? Kein Problem. Papa macht das. Äh, mal sehen. Kommen wir hinten auch durch? Nee, kommen wir auch durch. Das sieht er nicht, komm. Wenn er sich jetzt nicht großartig bewegt. Dann tut es doch. Ah. Verdammt. Kein Problem, Plan B. Ja, ich habe viele Plan Bs. Nämlich, na, bei mir kommt immer nach Plan B, immer Plan B. Ich habe nicht mal einen Plan A. Das ist das Confuse daran. Manchmal habe ich sogar einen Masterplan, aber... Prinzipiell ist das Plan B. Da ist das Geschütz. Jetzt verstecken die sich auch noch, ne? Ich sehe dich. Los, dann sagt er ein Spielverneber. Kommt her. Kann ich den da hinten irgendwie treffen? Dann weicht er mal wieder aus. Das ist doch dein Ernst, Dude. Wir müssen nach einziehen, wo er geradehin fliegt. Oder er bewegt sich auch gar nicht erst. Oh ja. Das hat gesessen. Geht sie durch. Oh, eine Arme weg. Er ist zu langsam. Naja, ein bisschen hat was getroffen. Wir müssen den definitiv loswerden. Der wird uns richtig nerven. Was, was? Das ist doch keine Struktur. Der fährt und fliegt, wie er will. Das ist mir zu intelligent. Können wir den überhaupt damit down kriegen? Wie müssten wir eigentlich? Wann er gerade ein roter Punkt? Achso, das war... Das ist die Pflanze da. Da dachte ich, das wäre ein roter Punkt. Ja, verzieh dich halt, ey. Ich krieg das auch so mit. Irgendwie. Das riss mir jetzt nämlich langsam zu langweilig. Oh Gott. Das hat mich gesehen. Scheiß Elite, du. Na komm, mein Freund. Das war schon mal die halbe Miete. Oh Gott, der hat immer noch ein Geschütz, Mann. Den haben wir doch getötet. Fass das ja mal nicht. Okay, wir hatten hier gerade einen Save Point. Hahaha. Oh Gott. Jetzt plötzlich helft ihr mir, oder was? Ihr seid doch nur Assis, ne? Der lebt immer noch. Oh Gott. Immerhin ein Kontrollpunkt. Ich glaub, das ist nicht euer Ernst. Ich hab' ich für die rein. Oh. Oh. So. Haben wir beide Snipers aufgenommen? Oder waren die hier? Ah, hier war eine. Und hier die andere. Vier Schuss. Das haben wir da hinten. Ein lahmgelegter Panzer. Ähm. Na gut, versuchen wir nochmal unser Glück damit. Den Panzer zerstöre ich. Jetzt komm ich doch in die Versuchung, das Ding... Jetzt betreten. Ja, bewegt dich bloß nicht. Heute, Sternschnuppe, wünscht euch was, Freunde. Hallo. Wollt ihr mich eigentlich verarschen? Wollt ihr jetzt jedes Mal wiederkommen, oder was? Irgendwann dürfte doch nichts mehr kommen. Was ist doch nicht euer Ernst, Freunde? Okay, wir versuchen es noch einmal. Wenn da gleich wieder was kommt, dann wird immer wieder was neu spawnen. Jetzt komm, bleib länger, bleib länger. Danke. Okay. Okay. Moment, der ist da eingestiegen. Komm da, komm her. Wie er sich nicht traut. Leute, könnt ihr nicht mal ein Stück vorwärts fahren? Er ist ja unfestbar. Ich glaube, der ist umgestiegen. So, der Rest lässt sich auf meinen Schultern. Go! Aha! Damit habt ihr nicht gerechnet, wa? Komm, schnappen wir uns das Ding. Zielen Sie auf die Phantoms, dann schießt die Railgun sie ab. Ziel erfasst. Okay. So ginge das natürlich auch. Railgun lädt nach. Okay, Master Chief, sind bereit. Minimum steht zu Ihrer Verfügung. Schalten Sie die Partikelkanone aus. Gut, klar. Wieso muss ich darauf extra zielen? Könnt ihr das nicht manuell machen? Oh, meine Güte. Man muss es ja auch unbedingt kompliziert machen, ne? Ziel erfasst. Ziel ausgeschaltet. Gut gemacht, Chief. Railgun lädt nach. Ah, geschafft. Es gibt bestimmt definitiv leichtere Wege, aber so habe ich das immer gemacht. So in etwa. Last Gear an Infinity. Erstes Ziel ausgeschaltet. Kein Sichtkontakt mit weiteren Zielen. Gypsy auf dem Weg zum zweiten Einsatzziel. Erbitten Evakuierung für Verluste. Bin dabei, Commander. Farmer Ende. Und jetzt? Oh, wir fahren wieder. Ziel erfasst. Jetzt muss ich mal warten. Railgun lädt nach. Mehr Allianz. Gottes Willen. Noch nicht. Über uns. Gott. Äh, scheiße. Benshies. Ich habe zu tun. Habe ich mich erschrocken. Kein Problem. Ich habe alles im Griff. Ich wage es mich nicht an die, äh, Dinger hier anzustellen. Aber jetzt, wo es noch einen gibt. Komm her, Banshee. Jetzt bin ich mutig. Das Kafffeld ist blockiert. Das andere Ende der Schlucht. Drei Energiequellen geortet. Schalten Sie sie ab, damit der Memes durch kann. Kann ich doch nicht einfach drauf schießen? So zum Beispiel? Ich kann doch gar nicht drauf zielen. So, Mist aber auch, ne? Moment, auf den der bestimmt, ne? Auf den kann ich auch nicht zielen, ey. Ja, leck mich doch. Okay, wir kriegen das irgendwie hin. Wir kriegen das irgendwie hin. Wir müssen nur herausfinden, wie. Und dafür haben wir Plan B. Haha. Und Plan B ist das hier. Kamikaze rein. Warte, waren das DMAs? Nein. Ohne DMA. Freunde. Schauen wir mal, wie wir es schaffen. Muss ja irgendwie machbar sein, ne? Wir haben ja genug taktische Möglichkeiten. Also wir haben genug Zeit. Für unsere taktischen Möglichkeiten. Gott. Das war schon mal taktische Möglichkeit 1. Zeit für Plan B. Ich habe auch noch keine Ahnung, was wir machen. Ich habe Lust, da hinten hinzulaufen. Na, leck mich doch. Lass mich hoch. So. Hier oben sind wir erstmal safe. Mein Plan sieht übrigens vor. Mein Plan B. Dass wir den Bereich um die erste Kuppel räumen. Und dadurch Zugriff auf die Kuppel haben. Bitte beweg dich nicht. Aha. Er hört auch noch auf mich. Aber jetzt fängt er an, sich zu bewegen. Ja, klasse. Aber mitten rein da. Mitten rein da. So wird das nichts. Das ist nur Munitionsverschwendung. Und so wird das auch nichts übrigens, weil die Kanone außer Reichweite ist. Hm. Wir müssen ihn einfach irgendwie überraschen, den Wave. Er sieht uns nicht. Okay, er sieht uns. Er sieht uns. Wir müssen den Wave flatt machen. Dann haben wir nämlich Zugang zu allem möglichen. Deshalb bauen wir uns erstmal den Weg dahin. Verpiss dich, kleiner Grunt. Ich hab ihn nicht umsonst getötet. Sonst geht die Muni aus. Oh Gott, das hat nur nicht gereicht. Okay, einen Schuss haben wir noch. Wir können das Ding noch schaffen. Aber nicht, wenn wir dabei drauf gehen. Mist, ich hab ihn doch auch erwischt. Dreck. Oh, hi. Sehr geiler Safe-Point, muss ich sagen. Sehr geil. Hey. Das letzte Mal hast du nicht auf mich geschossen. Ist gut, ich bin schon tot. Ich bin schon tot, Freunde. Ist doch im Ernst. Vielleicht nicht da auch zielen mit dem Ding. Ne, das ist voll verwirrt hier. Okay, das war die falsche Taste. Na, fast perfekt. Oder auch nicht. Was zum... Kannst du das mal lassen, da hinten? Fährt hier... ...vor ein paar Leuten bedrängt. Arsch. Okay. Lieber kleiner Panzer. Ich werde dich nämlich jetzt austricksen. Ich werde dich jetzt nämlich austricksen. Na, was willst du jetzt machen? Da guckt er mich blöd an. Ah, perfekte Taktik. Scheiße. Funktion, irgendwas? Ah, verdammt. Wie schnell hat er denn geschossen? Ich fasse es nicht. Es war so cool und dann verfehle ich den letzten. Einfach nur erbärmlich. Einfach nur erbärmlich. Aber genau so müssen wir jetzt gleich auch machen. Wir nehmen mal das mit. Na, freut. Er hat mich verarscht. Er hat mich verarscht. Okay, kein Problem. Wir ziehen das aber durch. Wir kennen ja jetzt schon die Strategie. Super fail. Die Grenaten hätte ich gebraucht, ey. Habe ich natürlich nicht getroffen. Wir müssen einfach so tun, als wären wir nicht mehr da. Was zum? Willst du mich? Ich habe dich assoziiert. Ihr habt das auch gesehen. WTF? Na, herzlichen Glückwunsch, Alter. Jetzt muss ich laufen. Ohne Waffen würde es nämlich schwer. Irgendwas hier hinzukriegen. Ja. So viel dazu. Wir müssen echt irgendwie Munition sparen, ey. Oh, da hat er mich abgelenkt. Der hat mich einfach abgelenkt. Okay, wir müssen so tun, als wären wir nicht da. Als wären wir nicht da. Dann wird er sich nämlich umdrehen und sagen, Oh, ich chill mal eine Runde. Doch, tut das nicht. Ja, scheiße, Mann. Ah. Danke. Okay. Jetzt aber schnell. Ohne Plasmatpistole. Das ist wie gemacht. Nein, jetzt greppiere ich auch noch. Ich drehe durch, Freunde. Ja. Das ist so ein perfekter Plan. Aber ich kriege es einfach nicht auf die Reihe. Komm her, du kleine Guffel. Oh nein, ey. Okay, wir machen es anders. Wir machen es anders. Ich habe keinen Bock mehr. Ich habe keinen Bock mehr. Holy shit. Er hat das Ding kaputt gemacht. Mist. Na komm, stell dich ans andere Geschütz. Nee, ich passe nicht auf. Ich werde den Look vor bestimmt hier nicht nehmen. Ja, leck mich halt. Ich werde den Look vor bestimmt hier nicht nehmen. Wir müssen ein bisschen besser auf den Panzer aufpassen. Ah. Wir laufen zurück, wir laufen zurück. Vielleicht kriegen wir einen Safe Point oder so. Komm schon, Safe Point. Ah, wir haben ihn schon mal von der Kuppel abgelenkt. Wir müssen irgendwie an dem Spinner vorbeikommen. Oh, oh. Abwarten. Abwarten. Go. Oh. 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 Komm, schieß auf mich. Ah, nein. Okay, eine Aufladung haben wir noch. Kannst du aufhören damit? Gut. Ja, das war's. Stopp. Gönn mir diesen Einschuss. Danke. Danke. In Ordnung. Wir lassen das Ding erstmal am lieben. Okay, wir haben da ein Ghost. So. Jetzt müssen wir... Wir haben alles, was wir brauchen. Wir haben die Kuppel. Wir haben den Ghost. Das Einzige, was wir jetzt noch tun müssen, ist reingehen. Und das tun wir auch. Aber erst in der nächsten Folge. Haut rein. Euer Zero. Tschüss.